Ich habe Sodbrennen gerade. Oh, ich hasse Sodbrennen. Ich hasse Sodbrennen. Ah, das brennt immer so im Hals. Ich hasse das, wie die Pest, ey. Komm, 4% noch. Lade. Was war das denn? Ah. Das war ein Wettbewerb. Mach dich das mit dem Schmerz. Oh. Hm. Ah! Ah. Du bist so ein Schmerz. Du bist ein Mensch, oder? Das ist mein Leben. Das ist kein Schmerz. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Ich kann nicht so sein. 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 Geh, Kari. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Herr, ich bin der erste Mann. Ich bin... Kari, du bist ein Mensch mit dem Fass. Ich bin ein Mensch. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sosik, weg von Danzo! Ich bin der... Ich bin der Kugel. Ich bin nicht mehr von anderen. Wenn du es nicht mehr so sagen, ich bin nicht mehr von dir. Okay, das sieht extrem aus. Wow, das ist so. Ich bin... Ich habe sofort aber nicht geflogen. Ich wollte, dass es mir Honda zu kommen. Es ist mir, dass es mir wirklich handelt. Es ist… Oh, bin Neru. Sasuke ist noch einfach nur bei mir. Aber es ist einfach, was er vor mir stehen. Wenn ihr damit so eingepommt, dann können sie damit verblenden Sie den Schlauch? Was ist das, was du? Satsuki zu sterben? Was kannst du für Sasuki machen? Ich denke, du... Ich bin... Ich bin... Ich habe noch nicht die Antwort gefunden. Ich habe die Antwort mit dem... Ich habe das nicht gefunden. Ich habe nicht mehr zu sehen. Ich habe das nicht gewusst. Und jetzt kommt's nochmal zum Kampf zwischen Naruto und Yamato. Ei, 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 ei. Die kriegen sich aber auch immer wieder in die Köpfe hier, ne? Ey, das ist der Wahnsinn. Ey, was Sasuke oder Sasuke auslöst, ist der Wahnsinn. Nur wegen Sasuke kriegt sich halb Konoha, und zumindest die ganzen Ninjas, in die Köpfe wie so Bekloppte. Ninjutsu... Ninjutsu Treff... Mit Treffern 2... Also, jetzt haben wir einen Indus ausführen... Und das wäre Nummer 1. Der perfekte Start. Ja, komm her. Na, du kleinen dreckige Sau. Oh. Her. Ja. Zack, zack. Komm. Ich war hinter dir. Na. Und... Let's go! Wow! Finale! Aus und vorbei. Das ist so, dass ich nicht mehr verbleiben kann. Ich muss mich noch mal auseinandersetzen. Hm. Ach, ich muss... Wenn ich Teammitglied habe und YY und B drücke, muss ich B halten, um diesen Teamangriff auszuführen. Ahhhhhhhhhhh. Ja. Ich muss... Wenn ich Teammitglied habe und YY und B drücke, was ich? Ja. Ich bin mit Sasuke. Und dann, ich werde mit ihm sprechen. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, für mich, das ist wichtig. Wait, Naruto! ... ... Yamato kniet am Boden. Knie nieder vor mir! Sakura-chan. Kaka-sensei. Ich werde sofort gehen. Sasuke! Ich nehme morgen wieder auf, weil das Spiel mir so ein riesen Spaß macht. Deswegen sage ich mal, Ich... Wo ist meine Maus abgeblieben? Um die Aufnahme zu stoppen? Da ist sie. Bis morgen. Tschüssi! So, weiter geht's hier mit Naruto. Eieieiei. Ähm... Jetzt muss ich gerade überlegen, was war da noch? Genau, wir sollten ja jetzt Sakura-Fach verfolgen, wenn ich mich recht entsinne. Und ich wette mit euch, ich laufe da durch und komm, eine Zwischensequenz. Können ich drauf verwetten. Und? Nein, doch nicht. Ich habe auch mal im Internet geguckt, so die Spielzeit von dem Spiel hier. Und war... ...durchaus überrascht. Weil das Spiel wird mit... Ähm... Oh. Was sollen wir tun... Erst tun, wenn wir uns nicht mehr bewegen können? Das Spielzeit wird mit... Wenn wir nur die Haupt-Story verfolgen... Das Spiel wird mit... 20 Stunden angepriesen. Haben wir hier irgendwo noch etwas versteckt? Nein. Und wenn wir alle Nebenquests mitnehmen... Bis zu 50 und 100 Stunden. Das ist schon... ...ordentliches Stück. Naruto. Ich bin mit dir. Hast du schon. Also wenn ich jetzt hier wirklich... Ich will... Ich werde so viel wie möglich mitnehmen. Ähm... Man wird es ein sehr, sehr langes Let's Play. Nicht noch einmal. Nicht noch einmal. Oh, jetzt kommt ein Zwischensequenz? Dreck... Puh... Hass... Sasuke... Ich kenne dich, wenn du dich... Wenn du dich partnership betrachten kannst... Das ist es für mich... Deswegen... Ich finde ich... Das war's. So war es dann die Hübschüge. Jetzt kommt es, Sasuke. Du hast gesagt, dass du zu Konoha hinwegst. Aber du hast es, was du zu tun. Du hast es nicht geholfen, und du hast es, dass du zu schlafen. Du hast es, dass du zu tun. Du hast es, dass du zu tun. Du hast es, dass du dich erinnert. Du hast es, dass du dich erinnert. Wenn ich jetzt auf diese Hände geheißen kann, dann kann ich nichts mehr machen. Und das ist auch... Das ist ein Zeug, aber... Diese Frau... Wenn du nicht brauchst, dann kannst du die Hände feststellen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr wissen. Ich weiß nicht, dass ich mich? Ich bin dein Freund von dir? Na, dann... Was hast du zu kurz vor? Der wollte Karin töten. Welker du? Ich bin der Meinung nach Sasuke! Ich bin der Meinung nach Sasuke! Das ist mein Ziel. Ich bin der Meinung nach, dass du wirklich mein Ziel verletzt hast. Ja. Wenn Sasuke sagt, dass du so sagen kannst... Ich bin der Meinung nach, dass du so sagen kannst. Warum? Dieser Mann ist der Freundin von Sasuke? Er ist jetzt nicht notwendig für mich. Sakura, mach das nicht! Es geht nicht mit diesem Mann. Hier, hier... Hier, ich... Wenn ich jetzt... Sasuke-kun... Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Sasuke... Es ist nicht möglich, oder? Sasuke-kun... Du bist hier! Es geht nicht. 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 Sasuke-kun... Ich weiß nicht. Es wird passieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017